Ihrem Unternehmen geht es gut, vielleicht sogar sehr gut. Zumindest würde ich mir das wirklich für Sie wünschen. Und wenn Sie sich Ihren Kundenstamm angucken, dann stellen Sie vielleicht genau jetzt fest, dass dieser sich über die letzten Jahre nicht verändert hat. Das meiste Geschäft generieren Sie über Ihre Bestandskunden. Vielleicht auch noch ohne viel dafür zu tun, weil diese proaktiv auf Sie zukommen und einfach nachbestellen. Und wenn Sie neue Kunden gewinnen, dann gleichen diese Kunden den bisherigen. Und wenn ich sage gleichen, dann meine ich damit nicht nur, dass sie sich in derselben Branche befinden, sondern ich meine wirklich gleichen. Die sind im selben Alter, haben dasselbe Verhalten, haben dieselben Hobbys und sie erreichen sie über dieselben Kanäle wie bisher. Vielleicht über Messeauftritte, vielleicht über Kalterquise per Telefon, vielleicht über Faxbestellungen, vielleicht über Anzeigen in Magazinen. Eine neue Kundengeneration, neue Unternehmen, die vielleicht etwas anders sind als die bisherigen, aber genau in ihr Schema passen, haben Sie in den letzten Jahren nicht gefunden. Konnten Sie nicht für sich gewinnen. Der Grund, warum Sie diese neuen Kunden nicht erreichen konnten, liegt an einer mangelnden digitalen Kundenbeziehung. Denn die Generation Z, die nachwachsende Generation, hat andere Ansprüche, muss anders angesprochen werden und muss anders bedient werden. Und genau darauf haben wir uns als M-Quadra Business Consulting spezialisiert. Vielleicht ist das Thema Digitalisierung bereits auf Ihrer Agenda gewesen. Vielleicht haben Sie es weggeschoben, weil Sie sich dachten, die Umsätze passen, warum soll ich mich darauf konzentrieren? Vielleicht passt das ja auch gar nicht zu meinem Unternehmen. Vielleicht fehlt es aber auch einfach an der Idee, wie dieses Thema anzugehen ist. Und genau dabei helfen wir Ihnen mit unserer Methodik. In einem zweitägigen Workshop bearbeiten wir mit Ihnen und Ihrem Team einen Plan, eine Struktur, eine Lösung. Wir gucken uns die komplette Kundenreise an. Also sprich von dem Moment, wo ein Kunde auf Sie aufmerksam wird, bis zu dem Moment, wo Ihr Kunde aufhört, bei Ihnen zu kaufen. Wir haben das in sieben Teilsegmente unterteilt. Und je Segment haben wir Kundeninteraktionen, die wir identifizieren. Und aus unserer Erfahrung bringen wir 26 Kundeninteraktionen mit, sowie 26 Best Practices für den analogen und digitalen Kundenkontakt. Mit unseren wissenschaftlichen Methoden und zehn Jahre Erfahrung in der Digitalisierung konnten wir damit unzähligen Kunden helfen, ihre Umsätze zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und eben neue Kunden zu adressieren. Nachweislich stieg dabei der durchschnittliche Auftragswert, der durchschnittliche Kundenwert über die komplette Lebenszeit und die Phase zwischen einem Kauf und dem nächsten Kauf konnten wir damit verkürzen. Wenn auch Sie jetzt sagen, Mensch, genau das ist es, was ich brauche, wenn auch Sie endlich Klarheit erlangen möchten, wie es mit der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen vorangehen darf, wenn Sie einen Partner suchen, der mit Ihnen die Digitalisierung meistert und mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die eben genau auf Ihr Unternehmen und auf Ihr Unternehmensfeld zugeschnitten ist, dann vereinbaren Sie jetzt gleich einen Termin oder rufen Sie mich an.